herzlich willkommen zu unserer sendung hoffnung um 12 in matthäus 28 vers 20 da steht ich bin bei euch alle tage bis an der welt ende mit jesus kannst du rechnen und zwar jeden tag er wird auch nie verschwinden und ich nie im stich lassen hoffnung um 12 heute wollen wir dich wieder ermutigen heute ein thema nichts wird dir fehlen lass uns dein gebetsanliegen wissen wir beten gerne für dich auf gebet admissions werk.de im chat oder am telefon bis 13 uhr ja im psalm 23 der herr ist mein hirte nichts wird dir fehlen da wollen wir weitermachen nichts wird dir fehlen wenn ich dich jetzt fragen würde hättest du bestimmte ganz große liste das fällt mir jenes fällt mir und da hätte ich gerne mehr und dort hätte ich gerne mehr dafür sagte aber auf der weite wo wirklich nicht so viel drumrum ist nichts wird mir fehlen david hatte eine verbindung mit gott er hatte auch ein blick dafür was brauche ich wirklich was ist darüber raus und was fällt mir wirklich das wichtigste ist die nähe gottes und ich glaube wenn man die nähe gottes hat fällt einem wirklich nichts weil dann hat man auch die perspektive für die dinge wo man meint die fehlen mir habe wirklich nicht nur die perspektive zu gott sondern sei in seiner nähe er hat alles was ich brauche was du brauchst wirklich alles und was er nicht hat das brauchst du auch nicht er hat alles und nicht nur die religiösen dinge nein er hat das was du zum leben brauchst auch das materielle hat er auch das für deine seele hat er auch das für dein leib hat er für deine heilung oder was du brauchst er hat einfach alles nichts wird mir fehlen danke herr dass jeder der jetzt da sitzt und sagt oh ja ja also ich brauche eine neue perspektive auf das was wirklich wichtig ist und herr ich möchte danken dass wirklich nichts fällt und herr ich danke dir dafür dass auch jedem einzelnen zeigst und jeder der möchte herr ganz nah an dein herz drückst herr in deiner nähe da ist alles was wir brauchen danke herr amen folgendes gebetsanliegen erreichte uns liebes team vom missionswerk ich bitte euch um gebet für meine tochter die plötzlich an starken bauchschmerzen litt und nach einem kurzen krankenhaus aufenthalt nun weiß dass sie viele gallen steine und entzündete leber hat ich bitte gott um heilung meiner tochter jesus und ich danke dir dass du diese tochter kennst und dass du auch weißt um ihren zustand um die gallen steine um die entzündete leber auch um die schmerzen und um all das was da dran hängt danke jesus dass du eingreifst dass diese gallen steine verschwinden dass sie sich einfach auflösen und nicht mehr vorhanden sind und dass diese leber sich erholt und wieder hergestellt wird danke jesus du bist ein gott der heilt und ein gott der eingreift und wir danken dir dass du diese person berührst danke jesus amen amen eine frau schreibt uns ihr gebetsanliegen hallo bitte beten sie für mich für heilung von ohrgeräuschen heilung von schuppenflechte heilung von fingergelenkschmerzen und das herzliche beziehungen wieder hergestellt werden zu allen verwandten und keine ablehnung mehr ist ja da ist wirklich eine große not und viele dinge nicht in ordnung und jesus ich danke dir dass du diese person kennst mit ohrgeräuschen schuppenflechte fingergelenkschmerzen jesus danke dass du ein gott der wiederherstellung bist und dass du eingreifst dass du die ohren und die haut und die finger und alles berührst von kopf bis fuß danke jesus dass dein heilungsstrom durch diesen leib jetzt fließt und ich danke dir dass du der heiler bist und dass auch diese beziehung zu verwandten wieder hergestellt wird dass diese ablehnung verschwindet und dass du heilung bringt in die beziehungen danke jesus wir danken dir von ganzem herzen dafür amen amen schreib uns dein anliegen oder ruf jetzt an die infos sind eingeblendet ein gebets anliegen über whatsapp erreichte uns liebe missionsfreunde ich fühle extreme schmerzen am mageneingang wenn ich etwas esse und das essen in der speiseröhre kurz vor dem mageneingang eine bestimmte stelle berührt entsteht ein brennender schmerz der dann auch in den rücken ausstrahlt und mich sogleich benommen macht von magenschleimhaut entzündung bis zu sonstigen geschwüren oder tumoren wandern meine gedanken hin und her ich bitte um hilfe in dieser meiner not ja danke herr herr das ist jetzt diese situation wo das ganze kopfkino das ganze kopfkino da ist mit allen möglichkeiten die einem nur so einfallen herr danke dass wir zu dir kommen dürfen und dass du eine ganz andere perspektive hast herr du hast liebe du hast ruhe du hast heilung für uns du hast die lösung für uns und ich danke dir dafür herr dass genau dieser punkt der da schwierigkeiten macht der das kopfkino dann in bewegung setzt und all die schmerzen danke herr dass der ganze ursprung der schmerzen der ganzen sache herr du heißt du wegnimmst ich danke dir dafür danke herr dass du der berührende bist und dass herr dass wir glauben dürfen dass ab diesem zeitpunkt ruhe ist gesundheit ist heilung ist falls irgendwie was krank ist heilung ist ich danke dir dafür herr dass du der heiler bist amen amen und ein mann schreibt kurz und bündig ich habe meine arbeit verloren könnt ihr beten für einen neuen job oh ja nach so einem jahr wo wir diese sendung machen kann ich schon fast sagen wir sind spezialisten für gebet für neuen job weil so viele haben einen neuen job bekommen aber nicht wir machen den neuen job wir würden es gerne austeilen wenn wir das könnten nein gott erhört gebet und da wollen wir jetzt auch beten dass da ein neuer job ein neues angebot kommt dass auf die bewerbung wirklich gut reagiert wird dass es ein job ist der richtig freude macht und alle die das gleiche haben oder dieses diese sendung irgendwann mal anschauen über youtube klingt ich ein glaube nicht wir tun es gott tut es danke herr dass wir jetzt zu der kommen dürfen und danke dass du gebete hörst ich danke dir dafür herr dass du auch diesen menschen und ganz besonders diesem anliegen das heute hier rein kam herr ich danke dir dafür dass du das richtige für diese menschen hast herr zeige du es in etwas wo freude macht etwas wo einfach das richtige ist wo alles passt und ich danke dir dafür dass du die lösung hast den neuen job passt auch dass das gehalt stimmt und alles danke herr amen amen menschen erleben gottes hilfe und aus den neuen bundesländern kommt dieses zeugnis eine frau schreibt wie es ihrem mann erging mein mann lag aufgrund von corona drei wochen im koma sein zustand wurde von den ärzten als schwer krank eingestuft in dieser zeit habe ich vom missionswerk erfahren und mich mit gebetsanliegen an euch gewandt nach drei wochen konnten die ärzte ihn wieder zurückholen innerhalb einer woche waren alle schläuche weg es er ist selbst überrascht über die dinge die passiert sind für mich persönlich war es eine große ermutigung in dieser schweren zeit eure sendungen zu schauen das ist ein sehr wertvoller dienst ist das nicht erstaunlich was gott an diesem mann getan hat und jemand schreibt uns wegen einer alleinstehenden bekannten der es sehr schlecht ging und sie schreibt ich habe ihnen wegen einer guten bekannten geschrieben ihr ging es psychisch sehr schlecht da sie alleine lebt und keine medikamente mehr nehmen wollte habe ich an das missionswerk geschrieben heute geht es ihr wieder gut und es kann für sie wieder weitergehen wir freuen uns alle darüber und sagen euch vielen dank ja gott ist gut und treu und das stimmt gott ist gut und treu und gott kümmert sich auch um solche dinge wie wir gleich hören werden eine gebetserhöhung von aller bester art habe ich erlebt schreibt hier jemand ich sollte einen fünf stündigen kurs ausarbeiten bei dem ich von der größe des themas her so überflutet war dass ich bis kurz vorher nicht wusste wie ich das strukturieren sollte aus purem zufall kam ich mit einer praktikantin ins gespräch sie hat mir aus ihrer sicht beschrieben wie sie sich den kurs als teilnehmerin wünschen würde diese gedankenstütze hat die lösung herbeigeführt den kurstag konnte ich in großer ruhe abhalten vielen dank für eure gebete was für eine erleichterung wenn gott alles wunderbar lenkt das ist wieder so begeisternd wenn gott impulse möglich macht er kann alles gebrauchen für eine lösung glaube daran und wenn du es schon eine lösung erlebt hast lass es uns wissen schreib uns auf whatsapp schreib uns auf whatsapp die nummer ist eingeblendet wir freuen uns und würden es auch gerne weitergeben damit andere auch im glauben gestärkt werden und nun der tipp des tages fehlt dir etwas sagt ja das und jenes ich sagte ja du kannst jetzt ins gebet gehen und das mit gott bereden stell dir vor nicht ach ich kann doch gott nicht um das oder jenes bitten doch um alles darfst du ihn bitten rede mit ihm darüber und im gebet wird dir klar werden was du wirklich brauchst oder was vielleicht nur wünsche sind die nicht unbedingt nicht unbedingt du brauchst rede mit gott darüber du darfst mit allem vor gott kommen nicht nur gott loben das sollen wir natürlich aber du darfst ihm auch wirklich sagen wo es drückt das was dir richtig weh tut wo dir richtig was fehlt mir ich habe gerade so den eindruck dass so manche jetzt zuschauen denen die verbindung zu den kindern fehlt wo die kinder gesagt haben ich rede nicht mehr mit dir ich komme nicht mehr du bist uncool und was auch alles ob die schuld haben oder du spielt keine rolle aber da fehlt dir was du hast keine verbindung mehr zu den kindern sag es gott und ich glaube wir beten auch gerade dafür danke herr dass auch diese verbindungen herr dort wo mangel ist herr wo wo die kinder nicht mehr mit den eltern vater mutter in verbindung sein möchten und so viel schmerzen vater oder mutter hat ich danke dir dafür danke herr dass diese verbindungen heilen amen wenn du ein anliegen hast beten wir gerne für dich du darfst es uns schreiben oder auch heute am telefon bis 13 uhr ja schon ist wieder bald sonntag und am sonntag haben wir live gottesdienst natürlich auch vor ort aber über youtube und live stream sind wir da schalte einfach ein erlebe uns wirklich live wenn du einschaltest kommt kein youtube film sondern wirklich live youtube wir sind hier hier in der kathedrale und wir werden live bei dir zu hause sein ja und dann möchte ich dir noch mal unser neues magazin empfehlen kennst du schon unser kostenloses magazin mit hilfreichen artikeln für dein leben und viele mehr lass dich jeden monat neu inspirieren und wenn du das magazin zum ersten mal bestellt erhältst du das buch du bist wertvoll von daniel müller als geschenk dazu gleich hier die bestellkarte ausfüllen und kostenlos mitnehmen schön dass du dabei warst wir wünschen dir ein gesegnetes wochenende bis bald alles gute der herr segne dich wusstest du dass du mit deinen sorgen und problemen nicht allein bist schick uns dein gebetsanliegen auf missionswerk punkt de dort findest du auch ermutigende artikel und vieles mehr schau doch mal vorbei